Ihr wollt auch cinematische Videos erstellen mit diesen schwarzen Balken oben und unten im 16 zu 9 Format, beziehungsweise ohne diese schwarzen Balken bei entsprechenden Wiedergabegeräten, wie beispielsweise Smartphones, die so ein Breitbilddisplay haben? Dann ist dieses Video vielleicht genau das Richtige für euch. Denn ich zeige euch Schritt für Schritt in der Winchi Resolve, wie man solche Videos erstellt, nach dem Intro. Also, bleibt dran! Hallo, willkommen mit mir aus dem Welt-YouTube-Kanal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch auch für die Themen Drohnen, Kameras, Elektromobilität aus Zweirädern oder Technik im Allgemeinen interessiert, dann wäre es vielleicht der richtige Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren, um keines meiner zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Einfach hier unten rechts auf den Abo-Button klicken. Videos im Breitbildformat, das machen leider viele falsch. Und das zeige ich euch auch gleich, denn oft sieht man dann solche Videos mit schwarzen Balken, oben und unten, aber leider auch links und rechts. Und so sollen wir es natürlich nicht machen, sondern man muss das Format des Videos ändern. Wie das funktioniert, das zeige ich euch in der Winchi Resolve. Bevor wir loslegen, möchte ich euch erstmal ein paar falsche Lösungen zeigen oder teilweise falsche Lösungen. Und hier haben wir ein Projekt und das liegt vor im Format 16 zu 9, das können wir hier auch überprüfen. Wir haben 3840 mal 2061 Pixel. Und einige kommen dann auf die Idee und denken sich, okay, wir gruppen einfach hier oben was weg. Das machen wir auch hier unten. Und dann haben wir ja eben auch so ein Breitbildformat. Blöderweise ist aber jetzt der Ausschnitt nicht optimal. Das heißt also, die Burg ist nicht wirklich hier im Zentrum. Das können wir auch nicht durch Schieben der Y-Achse verändern. Da verschiebt sich das ganze Bild und wenn wir das rendern, haben wir nachher in der Ausgabe dann ja immer noch ein Video um 16 zu 9 Format, wo die schwarzen Balken, also hier oben und unten, mit gerendert werden. Das seht ihr ja dann auch hier. Wenn ihr das rendern wollt, ihr habt ja hier nach wie vor 3840 mal 2160 Bildpunkte. Das klappt also so nicht. Auf dem Smartphone beispielsweise, wenn das so ein Breitbildformat hätte, wie auf meinem P30 Pro, da seht ihr dann links und rechts schwarze Balken und oben und unten. Das sieht nicht wirklich schick aus. Das machen wir also schnell wieder rückgängig. Eine wirklich saubere Variante, sowas zu machen, wäre beispielsweise hier über den Timeline-Regler. Da könnt ihr nämlich hier über Output Blanking auch so ein Format einstellen, nämlich so beispielsweise und schwupps habt ihr die schwarze Balken. Und nicht nur das, ihr könnt dann auch hier den Ausschnitt verändern und die Burg schön in die Mitte reinbringen. Das sieht schon mal deutlich besser aus, hat aber genau den gleichen Nachteil. Auf dem Smartphone habt ihr links und rechts schwarze Balken, wie oben und unten. Sieht auch nicht schick aus, aber wenn ihr nur einen bestimmten Teil eines Videos in dem Format haben wollt, dann funktioniert das nur so. Wollen wir das Ganze aber jetzt richtig machen, sodass wir wirklich das volle Format eines solchen Breitbilddisplays ausnutzen. Idealerweise ohne schwarze Balken, je nachdem. Es gibt ja 21 zu 9 Displays, aber Smartphones haben teilweise auch ein anderes Format. Da wird das dann schwierig. Dann gehen wir hier rein in die Project Settings und geben einfach hier einen anderen Wert ein, sodass wir unser gewünschtes Format haben. Ich arbeite immer gern mit 15, 71 Bildpunkten, aber das könnt ihr dann auch nach Belieben entsprechend anders machen. Jetzt seht ihr halt, ihr habt links und rechts schwarze Balken, weil das Video hat ja ein anderes Format. Dem kann man jetzt abhelfen, indem man einen sogenannten Adjustment Clip hier rüber zieht. Und der sollte dann genauso lang sein wie euer Video. Ich ziehe den mal jetzt so auf. Dann wählen wir den Adjustment Clip aus und zoomen so lange rein, bis wir rechts und links keine schwarzen Balken mehr haben. Das wäre hier so bei 1,38. Jetzt stimmt natürlich der Ausschnitt auch nicht. Dem können wir jetzt einmal in jedem einzelnen Clip-Element verändern, indem wir hier beispielsweise den Clip auswählen. und dann die Y-Achse an die richtige Position bringen. So würde das jetzt optimal aussehen. Das können wir auch hier für alle anderen Clips machen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so weit hochziehen, weil sonst geht er hier unten über die Begrenzung hinaus und auch nicht so weit runter. Es muss also immer noch so ein bisschen im Rahmen bleiben. Und da können wir jetzt auch hier die Burg genau in die Mitte reinbringen und hätten jetzt auch hier einen optimalen Ausschnitt gewählt. Das Ganze können wir dann jetzt hier rendern und da seht ihr auch hier, wir haben 15,71 Bildpunkte in der Y-Achse. Und wenn wir das Ganze jetzt hier gerendert haben und ich das beispielsweise auf meinem Huawei P30 Pro abspiele, dann seht ihr, wir haben links und rechts keine schwarzen Balken mehr und oben und unten nur ganz wenig. Das hätte man auch ein bisschen feintunen können, aber wir haben im Prinzip jetzt ein formatfüllendes Video gerendert. Ihr habt gesehen, das Erstellen von Videos im Breitbildformat ist gar nicht so schwierig, weil man ein paar Dinge beachtet. Und man kann das natürlich auch auf andere Videoschnittprogramme übertragen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch Kommentare mit Kritik oder Anregungen. Und bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal im Mischerswelt YouTube-Kanal.